Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Sollte sie nicht, Tests sind die Zukunft. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stand zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey! Guck, guck! Ich bin hier oben! Hey, super! Du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Bis meistens so. Gut gemacht. Geh hindurch. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins, zwei, drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins, fang auf! Au! Ich bin nicht tot. Ich lebe noch! Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Dürfte ich beeindrucken. Na los, schließ mich schon an. Ähm, ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um. Bam! Geheimtür! Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus hier. Und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse! Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, äh, am besten wir folgen der Schiene. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch Ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn, äh, wenn sie lebt. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wie sie am Ende, wie sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch? Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und... Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runter gesehen. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht. Okay? Und sonst nichts anfassen. Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Ähm, am besten schließt du mich an. Und ich mach das Licht an. Es werde Licht, so sprache Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, okay, ganz ruhig. Alles paletti. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh-oh. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Ähm, äh, es gibt ein Passwort. Das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen wir mal sehen. Ähm. A, 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 ähm, A. Nein, gut. A, 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 C. Nein, warte. Hatte ich weh schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo. Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe. Du Monster. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Da ist sie. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt dir bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten zwei Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste, deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben. Andauernd. Weißt du, jeder andere, den du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Tote erwecken vielleicht. Tote erwecken, dass du 가까eln mitmounttest und liquide herausstreichen. Vielen Dank.